Hallo, hier ist die Dela. Ihr seid hier gerade im Dela Terra Tour mit Flo-Dings gelandet. Und ich wollte eigentlich diese Folge nur aufnehmen, um euch zu erklären, dass dieses Format, so wie es ist, eingestellt wird. Aber es wird ein Nachfolgeformat geben. Das ist quasi eine Kombination aus Dela Terra Tour, dem ganz frühen Dela Sostercast und Alt und Verbittert. Und dieses Nachfolgeformat werden die Trenchcoat-Talkers sein. Das mache ich primär mit dem Hendrian. Aber da wird es dann auch Episoden geben, wo ich mit dem Flo über Bücher rede. Und die sind dann quasi die Fortführung des Dela Terra Tour Podcast. Nur, dass ihr euch nicht wundert, also es wird im Prinzip trotzdem weiterhin Folgen geben, wo ich mit dem Flo über Bücher rede. Es wird halt einfach nur in einem etwas anderen Maßstab und mit etwas anderem Konzept sein. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass in dem Dela Terra Tour-Feed nichts mehr passiert. Wenn ihr aber den regulären Dela Soster Production Sammelfeed habt, dann kommen da ganz normal die Trenchcoat-Talker-Folgen auch mit rein und ihr werdet ihr dann entsprechend alles hören. Gut, das war's schon. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Treue und fürs Anhören. Bis dahin. Ciao. Eure Dela.